Was geht Leute? Mein Name lautet D-D-D-D-Danny B-B-B-B-B-Nitsch. Willkommen zu einer neuen Runde von Black Ops 2 hier auf meinem Kanal. Heute spielen wir wieder ein, äh, oder schon seit langer Zeit nicht mehr ein, Partyspiele. Das ist sowas wie ein Laufwaffenspiel und so weiter und so fort. Und ich persönlich finde Scharfschütze richtig geil, weil es einfach, einfach nur richtig geil ist und fair, weil jeder dieselbe Waffe hat. Äh, ich höre mich immer selber nicht mit diesem Headset, das nervt irgendwie, ich, manchmal rede ich irgendwie so komisch und dann höre ich nicht, kann ich mich gar nicht verbessern. Äh, ja, erste Map auf Grind, die Skateboard-Map. Da fehlen noch ein paar Skateboards, ne, dann ist die Map richtig geil, Mann. Aber leider gibt es da auch keine Skateboards drauf, deswegen ist es keine richtige Map, nee, nee, nee. So, Scharfschütze für die Leute, die nicht wissen, wie es funktioniert, und zwar seht ihr oben auf der Karte, zum einen, die Map aktualisiert sich immer, damit das alles nicht so lange dauert. Der Typ ist total auf Droge, deswegen wollen wir ihn mal ablösen. Ich meine, oh, was? Ja, okay, das mit dieser Waffe ist so ein bisschen Glück, muss man ja auch zugeben, der wird da wahrscheinlich jetzt rumcampen. Naja, natürlich, wir nehmen alle Drohungen. So, wo ist er? Hier. Es kann nicht wahr sein, oder? Einen Moment mal bitte, das dauert ein bisschen. So, mein Freund. Also, jeder hat diese Waffe und, naja, Kills. Ah, genau, man wechselt ja die Waffe nicht, hab ich vergessen. Und, äh, alle 45 Sekunden switcht es einmal. Der Typ kommt hinter mich, glaube ich, ja. Der kommt hier irgendwo rein. Was mach ich? Ist das dein Ernst? Ja, ne, ist dein Ernst, ja. Also, es ist der Typ, oh, der, der hockt nur hier die ganze Zeit rum. Jetzt haben wir die Pistole, was meine Schwäche ist, weil ich, weil ich linkshörner bin, nicht so schnell schießen kann. Äh, ich hab leider auch keinen Scaf für meine, für meine, äh, Xbox 360, deswegen. Bisschen problematisch und so. Der hat die bis hier irgendwo, kurz auf der Karte mal nachsehen. Oh, Mann, 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 Mann. Ist euch gleich, ich darf nicht nachladen. Sonst sterbe ich gleich. Wo ist der Mann? Okay, der kommt hier lang. Oh! Ohohoho! Das war eine knappe Geschichte, meine Freunde. Das war eine sehr knappe Geschichte. Oh mein Gott, also ihr seht schon, ich schieße nicht wirklich schnell, ich bin nur präziser als die. Das ist etwas, was mich, was es mir erleichtert, Kills zu machen. Oh, eine Sniper, okay. Alles klar. Bin jetzt nicht der größte Sniper-Fan hier in Black Ops, aber, na gut, wieso nicht? Da hinten ist einer, wo ist du? Da ist er, ups, das war, oh, ich hab leider die falsche Steuerung an. Oh, na gut, ey. Seh ich auch aus wie ein Sniper jetzt, ja, ne? Ich hab leider aus Versehen die falsche Steuerung an. Leider, leider, leider. Kann man aber nichts machen. So, da hinten sehe ich einen, das ist der. Na, scheiße. Ich werde jetzt nicht ultra-mega-Quickscopen, weil ich will das jetzt auch gewinnen. Oh Gott, ich hab was... Oh, das ist so unerwartet... Oh, das ist so... Wieso, wieso... Das ist so einfach zu treffen, wisst ihr? Das ist ja... Ach nein, was mach ich da? Falsche Steuerung. Ich hab die falsche Steuerung leider an. Oh, endlich, 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 endlich. Hab ich vergessen zu wechseln, weil ich diese Runde ganz spontan aufnehme. Wo ist er? Hier ist er, 100%ig kommt er hier raus. Oder auch nicht. So, den hätten wir dann... Nein, ich war... Okay, warte, lass mich kurz mal ändern, okay? Das war Control, Belegung, Taktik. Hier, was war das? Jetzt, oh, echt viel, viel besser. Oh, das tut so gut. Hab leider kein Xbox 360 Gaf. Leider, leider nicht, meine Freunde. Aber, was soll man machen? So, der Typ ist K.O. Der Typ kommt... Oh, den hab ich nicht gesehen. Das war sehr, sehr knapp, meine Freunde. Sehr, sehr knapp. So, und... Nein! Oh, was mach ich da? Ich will das ernsthaft gewinnen. Also, das kann ja nicht sein, oder? Ich will ja ungern was ablohren, wo ich nicht gewinne. Seien wir mal ganz ehrlich. Aber... Ich kann jetzt auch nicht halt, äh, hier... Ja, das sollte nicht das Problem sein. Kommt so, Leute. Ich bin besser als die. Sorry, dass ich das so arrogant jetzt sage, aber... Man muss es ja wirklich so einsehen, wie es ist. So, der Typ ist hier irgendwo. Oh, was? Oh, der Typ liegt da die ganze Zeit, ne? Ist so ein kleiner Spasti, muss man ja auch wirklich zugeben. Also, wenn ich jetzt verliere, dann ist es echt unfair. Dann weiß ich selber nicht, was genau los ist. Oh, der Typ ist da hinten. Nein! Oh, mein Aiming! Oh, mein Aiming! Nein! Oh, was ist los, Alter? Konzentrier dich, Jenny, konzentrier dich. Ich glaube mir, das kann schneller ändern, als ihr euch vorstellen könnt. Ich meine, das kann sich schneller ändern, als ihr euch vorstellen könnt. Oh, der Typ ist hinter mir. Wir haben eine neue Waffe. Oh! Zwei mit einem Kill. Dem starten wir einen kleinen... Nein! Nein, er hat mich noch bekommen. Scheiße. Scheiße, ich bin voll leise. Spaß, Mann. No! Okay, ich führe mit 60 Punkten, was sehr schön ist. Aber was noch gar nichts zu heißen hat, der Typ ist da. Den würde ich gerne erholen. Vielen Dank für deinen Kill. Oh! Die spawnen so... Die spawnen schneller, als ich aktualisieren kann. Und der Typ nimmt Drogen, Alter. Hör und komm mal ein bisschen runter von deinem Trip, Alter. So, den haben wir gekillt. Vielen Dank für deinen Kill. Jetzt führe ich mit 70 Punkten schon was... Na. Nein, 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 nein. Oh! Wupp! 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 Das war sehr schön. So, der Typ... Oh! Okay, die Waffe ist cool. Ich liebe die Waffe. Ist die beste Secondary, würde ich sagen, in dem Game, ne? Ja, ich denke, das ist die beste Secondary. Hallo? Nehmt ihr alle Drogen, oder wie sieht's aus? Oh, na super. Ja! Mann! Ich hatte ihn gekillt. Hätte ich nicht nachladen müssen. Hier spawnen die sehr, sehr oft. Also immer schön auf die Karte gucken. Das ist... Das... Wie sieht er... Das verstehe ich nicht ganz. Wie er mich nicht sehen kann. Ich meine, er spawnt genau vor meinen Eiern. Gott, Gott, Gott. Oh, shit, shit, shit. Also, wenn ihr mehr davon sehen wollt, stellt auf jeden Fall sicher den Daumen nach oben zu drücken. Dann mache ich gerne viel, viel mehr Partyspiele für euch. In der Zeit, schätze ich mal, ist es das Beste, was ich machen kann. Mit dem Road to Commander. Aber das wird im Moment nicht... Irgendwie, ich weiß nicht. Allgemein Call of Duty. Hab das Gefühl, nicht so viele Leute wollen das sehen. Äh, weil im Moment einfach so... Ihr wisst, jeder... Ich meine, der Call of Duty kennt jeder mittlerweile. Deswegen, ich warte persönlich auf COD Ghost. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, klickt den Daumen nach oben-Button. Und ich werde viel, viel mehr machen. Äh, ja. Vielen Dank, was zu Ende schauen. Und das war die letzte Killcamp. Ich hab gewonnen. Mit 28 zu 12. 220 Punkten. Eine zweite. Hatte... Nur viel Kills weniger als ich. Aber viel weniger Punkte, weil er öfter gestor... Ne, ist er gar nicht. Einmal öfter gestorben. Okay, ich hab auf jeden Fall gewonnen. Das reicht. Vielen Dank, was zu Ende schauen. Bewährt nicht vergessen. Und ich seh dich im nächsten Video wieder. Ah, abonnieren. Und Link in der Beschreibung zu GameKey von mir. Fuck! Wieso vergesse ich das immer zu sagen? Schaut da vorbei. Hm.